So, zack 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 So, zack zack Opsala Bow 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 Oh, you're filthy dirt Ich wollte beheben Du kannst mit dem Dörtel das hier ausfüllen Was? Was? Mach ich da aber eine Schicht rein damit Da keine Monster drin zu bauen Keine Monster drin zu bauen Ich glaube es geht sowieso nur bei 3 Co-Roll, oder? Oder müssen wir 2 auch? Glaub ich Bin mir nicht ganz sicher Ich auch nicht Hab ich mittlerweile wieder vergessen Aua Ja Ja, dann sprichst du so rum Ich schere dich, warte Nicht scheren, jetzt hab ich ne Glattpohle Ha Ich mag keine Glattpohle Es ist schon wieder Es ist schon wieder hell Es ist sogar schnell Aber es regnet, es regnet Es regnet Und das Regnet Können wir auch erstmal hier noch was Jaaa Und mit dem Boden aus Holz aus Kabel machen Aus Kabel Und jetzt mach ich das Tier kaputt Und jetzt mach ich das Tier kaputt Der Klopf wär bei uns an der Tür Ja, ich sag immer grad Hallo Der Besucher soll aber immer freundlich hereinlassen Oder nicht? Gib mir den Kopf ab Stirb So Ich bin schon Level 4 Level 4? Ja, du warst sowieso in der Hürde Du zählst nicht Ich bin Level 11 Hm Wie gesagt Ich zähle wohl Du zählst gar nicht Oh Was machst du denn da werfen will? Ja, aus Versehen Ja, das macht man doch nicht Natürlich ist immer noch keine Schaufel Hm? Ich hab natürlich immer noch keine Schaufel Ja, meine ist kaputt Die Wände lohnen sich noch nicht wirklich Aber es sind Wettbewerbs Ich mach nur so lange Ich mach nur so viel Das geht wirklich quer Ist da nicht wirklich viel mehr Ja, das wars aber schön Ich kam erst drauf Hast du die Leitern gerade abgebaut? Ich trottel. Aua. So. Der Keller kommt ja sowieso ganz zum Schluss. Ja. Erstmal kommt das Haus der Größe hinter den Keller. Mach mir den Keller. Mach mir den Keller. ETF. Mach mir den Keller. Mach doch immer das. Ach, ich dachte... Hä? Hä? Geh schnell Schafen fahren! AUU! AUU! Das ist eine Spinne. Das ist ein Mistviech. Ich hoffe, du hast die Schafe nicht alle getötet. Ähm, nein. Die schwarze Schafe sehe ich auch. Ja, das ist ja egal. Das hat sich doch ein paar Blitz in die Tür schon eingeschlagen, wenn man das so sieht. Warum brennt das überall? Nein. Nur die eine Stelle da. So, der Keller ist fertig. Jede Stelle brennt nicht mal mehr. Äh, äh, ex. Guck sie dir an. Wenn ich reingehe, was passiert? Ja, nichts. Es passiert rein. Gar nichts. Bei mir kann man jede Stelle sehen, wenn der Blitz eingeschlagen ist. Lol, die brennt ja überall. Ja. Ach, sorry, dass ich jetzt eben nicht gelaufen bin oder so, aber ich habe gerade auf dem Bildschirm von meinem Schatzi geguckt. Ich habe doch eben Mäh gehört, dass du von dem schwarzen Scheißschaf. Das ist ja ein Scher, das doch. Wenn schwarz ist, kannst du keinem Leben so machen. Klar. Ist egal, welche Farbe der Wolle. Okay. Muss nicht weiße Wolle sein. Muss ich gar nicht. Muss ich nicht. Hier sind Schafe. Ich meine, das ging nicht, weil ich... Doch, das ging. Das war egal. Also, ich habe nur zwei Schafe getötet. Ich kann sie nie ausgerottet haben. Da war ein Schaf, hast du gesagt. Mhm. Ich denke mal in der nächsten Aufnahme der Dingens muss ich mal Optifine raushauen, weil wegen Optifine habe ich Low FPS. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann scheren wir die alle mal hier. Das hängt ab, wir müssen zu viel Wolle haben. So, zack, zack. Geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Fühlen die sich noch bestimmt viel schöner, wenn sie so nackig sind. Wenn die was? Wenn die so nackig sind. Nackig 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 Ja, nackig, ja. Ah, nackig. Ja, nackig. Ich so nackig! Ja, nackig! Was habe ich so d conditional? Dat lebe ich du?! Ja, vista OR ME Es geht doch nicht! Kann man auch Hühnchen scheren. Nein, nein, nein. Whoa, поех關 oder stablish, Gott? Hö, contain ever궁 quelle theme... konnte man früher nicht durch blätter durchgucken ja das ist seitdem ich ob die feind drin habe kann ich nicht mehr durch die bäume gucken ich habe ich nicht du kannst aber einstellen also weil ich weiß kannst du uns einstellen jetzt kann ich wieder durchgucken das ist mir das sind mir zu viele einstellungen ich glaube ich nehme ob die fallen wieder raus da bist du was bisschen zu dämlich für ja oder das mal quer durch die bäume so ist mir schön alle bäume abhacken hier um holz zu sammeln ich baue uns erst mal ein schönes bäckchen das ist gut da war schön gemütlich buch machen ja so diesmal gespannt weil ich benutze es jetzt nicht aber tatsächlich aber wo wir jetzt schon eher andere oder haben auch hier die graue und so nicht zu benutzen du kannst du ganz normalweise benutzen wir müssen auch mal hier zieht anfangen ja ich hab ja schon zieht eigentlich ja dann brauchen wir erst genug holz weil dann können wir nämlich ein fernst machen ein schönes haus schönes haus schönes haus und ja hier ich hab dir mal holz da rein getan ja da kannst du ja schon mal hier zieht es anbauen aber es wird gleich nacht ja ich sehe es ich wollte eigentlich erst mal äh die zieht sind nämlich ganz schön wichtig ja du kannst ja schon mal ein feld bauen und ich fange ein bisschen an unser hausbesitz zu vergrößern ja ich würde das haus in die richtung wo die tür ist vergrößern ja ja weil dann können wir hier hinten nämlich den garten machen weißt du dann können wir das mitmachen Schatz ja erstmal hab ich ein bisschen Hunger ein bisschen Hunger ein bisschen Hunger ein bisschen Hunger ein Fleisch hätte ich aber für dich über das war es dann aber auch ne mhm nein in der Truhe ist doch ne Maschung so hey ich muss doch schon reinkommen ich hab gedacht ich muss ins Bettchen Haier machen miteinander oder nebeneinander ja mhm miteinander natürlich da kommen wir gleich ganz viel mit Achis und Charissas raus Mischung wäre dann wohl mhm oder nicht ein Kuchen mhm hh 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 Extra r und includ Mad l hh die her So, dann bauen wir jetzt erstmal eine hässliche Treppe aus dort. Ich will das ein höher machen, das Ganze. Da bin ich mal gespannt. Hör auf. Hm? Hör auf. Ja, hier. Weißt du, was fehlt? Ich reiß jetzt mal unser Haus wieder ab. Wann reißt du unser Haus ab? Dass es höher werden kann. So. Aua! Willst du ein hohes Haus, ein Hofhaus? Nee, ich will aber, ich denke, Du meinst, das Haus hat es ja aber, also doppelt jetzt aber auch. Also muss das Haus mindestens... Ein höher. Ein höher? Echt? Also fünf. 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 Ach, lass mich einfach machen. Sie haben keine Ahnung für nichts. Ja, ich hab wieder keine Ahnung, ne? Ja. Fühlt's aus. Ist klar, ist klar. Oh, ich hab ein Sumpfgebiet gefunden. Was hast du, äh, was hast du gefunden, genau? Ja! Seid auch niemand anders mit oben? Nee! Frag's ja nicht, woher ich die roten Pilze hatte. Wow! Guck mal, was ich gefunden hab hier. Ach, hast du gefunden, ja? Haha. Ja! Mir hat das ja vorher niemand gesagt, also hab ich es gefunden. Oh, du hast dich auch gedacht. Oh, war der Entdecke von Amerika. Aber sind es die eigentlich die Amerikaner, die Amerika entdeckt haben? Die leben da noch schon. Was? Ach egal. So, ich bin jetzt fertig mit Holz sammeln. Jetzt haben wir jetzt noch die restlichen Samplings hier auf. Und dann bereite ich schon mal unseren Garten hier vor. Ach, guck mal, da vorne wachsen jetzt unbeschwöse. Ich bin weiß wie gut. Du. Du bist eben sch destroyer Bspiel für 24, 5 zwartier stupid. Du bist eben aufcoatlus genutzt. Du bist Kast meillä, das ist die kförmedinicht. Dogen in die Doegen der der anderen Parteien, Geh kaputt! Stirrrrrrrrrrrr! Wo sonst ist alles okay, oder? Jaaa! Logisch! Geht so rum, Rachel. Geht voll lolos. Loll! 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 Jetzt hab ich Hunger. Nom 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 nom. Und jetzt ess ich noch nen Apfel hinterher. Nom 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 nom. Und noch Apfel. Du hast bestimmt nicht die Maschumsuche gegessen, oder? Nein. Wieso? Das ist meine Maschumsuche. Ich geh noch mal an. Ja, ich muss mal jetzt ein bisschen Holz benutzen hier. Kann ich schon mal anfangen, so ein paar Truhen zu bauen, ne? So, ich glaube das sollte nen Truhen reichen. Auf geht's in den Keller. So, in diese Truhe kommt jetzt schon mal das hier rein. Und das hier kommt das. Ja, jetzt muss ich noch warten, bis das ausgebaut ist. Loh? Hä? Okay. Gucken hier noch die Truhen rein. Und das hier rein. Was haben wir denn noch? Oak Saplings. Ja. Birch Saplings. Boah, hab ich viele Oak Saplings. Laub habe ich hier auch noch. Laub. Laub. Ja. Ich hab normales. Ja. Ich hab noch ein Cookie Pock Chop. So, machen wir das nur so. Kabel, Le Cobblestone. Dann hab ich noch Birkenholz. Das ist eigentlich mit dem Eisen, der hier noch drin ist. Sauber. Dann mach ich mir jetzt mal noch zwei Spitzhacken. Zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln. Und drei Äxte. Und noch ein Schwert. So. Da sind noch sieben Glas. Das brauche ich. Das ist mein Glas. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Oh, jetzt hast du es wieder gebaut, wie das ich haben wollte. Ach so. Ja, wusste ich nicht. Ja, deswegen hab ich gesagt, lass es. Ja, ist doch gut, mein Schatz. Ich wusste es nicht. Schäm dich. Hm. Ähm, so wollte ich das. So. So, 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 so. Muss ich erstmal hier noch ein Stückchen. So. Abtragen. Abtragen. Ich wollte das ja mit dem Keller verbinden müssen. Deswegen muss ich jetzt erstmal hier. So, 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 so. Ich hab's nicht gesehen. Also sieht keiner. So. 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 Dann würde ich's so machen. Zack, 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 zack. Wir beden. Ich bin nicht mehr.